Ich glaube das ist eine Leistung, Jede. Kannst du das auch? Nein. Aber ich kann aus meinem magischen Van magische Süßigkeiten an kleine Kinder verkaufen. Du musst nur nachts in den dunklen Wald gehen, wenn du ein zehnjähriges Mädchen bist. Absolut seriös. Magische Van. Was? Magische Venen oder was hast du gesagt? Van. Wie Autovan. Oh. Ein Bus. Er kapiert es nicht. Das Internet ist so schlecht, er kann nicht mal Tränke trinken. Sondern es stirbt vorbei. Und er ist halt alle Skillpunkte ab. Das ist Absicht gewesen. Und er hat noch keinen Disconnector. Jetzt willst du es aber heraufbeschwören. Ja. Los. Wann kommt er? Kein Disconnector. Kein Disconnector. Das nächste Mal sehen sie ein Video ohne Delfinio. Kannst du nicht mal mit diesen Würmern fertig werden? Hier haben wir ein paar Bolzen für dich. Ja, toll. Bolzen, weil ich die auch brauche. Ich kann dir auch ein Speer für die Amazone geben. Du bist doch eine Amazone, oder? Ich bin eine Amazone, ja. Ja, dann Speer. Kannst bei mir auch einkaufen. Was? Ich kann bei dir einkaufen? Ja. Was verkaufst du denn deinen Körper? Oder irgendwas von Wert vielleicht? Ja. Poplokrone. Für 70 Euro. Habe ich erst bestellt. 4,5 Kilo läuft. Kleiner Snack nebenbei. Ich meine, es ist gar nicht so teuer, ne? Wenn man es mal runter bricht, ist es nicht so teuer. Dann musst du es aber auch irgendwo lagern. Ich weiß nicht, passt das in den Kühlschrank? In den großen hast du klar. Also gehen wir jetzt weiter, ja? Nö, ich spring da jetzt runter. Von der Brücke. Alter, was? Ist das hier Starcraft oder was? Ja. Da wäre ich gern aber ein Belagerungspanser. Du musst die Klasse wechseln. Ist gar nicht, kommt der jetzt schon oder ist er in Level 3? Wir haben den Teleporter noch nicht aktiviert, also... Ich glaube, jetzt kommt er noch nicht. Irgendwo ist noch ein Teleporter, aber ich weiß nicht wo. Ich glaube hier, ne? Irgendwo in Weltenkunden, glaube ich. Wie eins? Nein, da haben wir auch alles abgesucht. Ja, also muss er hier sein. Oh, diese scheiß Viecher, die explodieren. Hier herrscht ja Bombenstimmung. Oh oh. Gangbang. Ich habe alle ihre großen Keulen ausgepackt und wir arbeiten mich damit richtig hart. Ja, die wissen halt, was dir gefällt. Oh ja. Bin mir nicht sicher. Tut das nicht weh, wenn man einen Morgenstern eingeführt bekommt? Ich glaube, du hast das mit der weiblichen Anatomie noch nicht ganz verstanden. Oh, Scheidergesundheit. Toll. Natürlich habe ich den erst gesehen, nachdem ich meinen Handtagen getrunken habe. Hm. Spannend. Ich könnte das den ganzen Tag spielen. Ja. Gibt nichts Besseres. Ja. Außer die APN 3. Nein. Das setzt das mit Battle-Net-Account voraus und permanent online und so ein Scheiß. Ja. Ist doch gut. Nein. Mhm. Vor allem, wenn irgendwann mal die Server abgestaltet werden und du es gar nicht mehr spielen kannst. Auch nicht im Singleplayer, weil die Server nicht mehr da sind. Also du kriegst das illegal. Wären sie ja nicht. Nein. Je Games hat auch nicht vor, für seine Spiele irgendwelche Server abzuschalten. Würden die nie tun. Das haben sie ja auch schon gemacht. Was? Ich glaube nicht. Würden die nie tun. Doch. Wir gehen schon wieder die Tränke aus. Ja. Ist ja auch scheiße. Gehört Blizzard nicht inzwischen irgendwie zu Activision oder so? Ja. Die so tolle Spiele wie Call of Duty gemacht haben? Nee. Activision hat keinen Call of Duty gemacht. Nee. Ich komme jetzt auf Call of Duty gemacht. Ich komme jetzt auf Call of Duty. Ich weiß auch nicht wieso. Activision hat Forsaken gemacht. Das sagt alles über die Firma aus, was ich wissen muss. Ist ja noch schlimmer. Ist das nicht toll? Nein. Activision hat aber auch Turo gemacht. Das war Acclaim. Ach stimmt. Das war Acclaim. Das verwechsel ich gerade. Also mir würde sowas nie passieren. Ein bisschen extra Giftschaden nehme ich mal nicht. Dann hat Activision doch keinen Forsaken gemacht. Äh. War Forsaken nicht auch von den Machern. Was hat Activision gemacht? Gar nichts. Doch. Die haben. Haben die nicht Call of Duty gemacht? Bin ich jetzt blöd. Bin der Meinung nach, dass die Call of Duty gemacht haben. Bin ich jetzt blöd. Ich bin schweig. Ich habe Call of Duty nur ein Teil gespielt. Reicht. Nein, das hast du alle gespielt. Ich bin den noch nicht mal durch. Hast du ein Level gespielt? Ja, ja. Dann hast du alles gesehen. Die komplette Serie. Hallo, wieso treffe ich denn die jetzt nicht? Aber weil ich wieder Legs habe. Der Fino fixt dein scheiß Internet. Äh. War nicht Call of Duty 1, oder? Oder weiß ich nicht. Das war doch von Echt-Revision. Call of Duty und Finest Tower oder so. Ach, komm. Das mit dem Schwur schießt und Weltkrieg spielt. Ein Kriegsspiel? Ja, es war einer der ersten, aber es war glaube ich nicht das erste. Schöne war, dass der zweite Teil schon eine große Kopie vom ersten war, so. Ich habe damals lieber in der Metal Phonahe gespielt. Da habe ich auch mal nichts gelähnt. Im ersten Teil. Oh ne, das hält. War gut. War das nicht auf dem Index? Ist das nicht auf dem Index? Ich habe gerade einen fetten Trank getrunken. So ein Fantas. Ich meinte, das wäre so. Oder verwechse ich gerade das Spiel? Naja, also. Ich gehe gerade nicht auf dem Index. Was? Früher war es nicht auf dem Index. Also, glaube ich nicht, dass es jetzt auf dem Index ist. Aber willst du wissen, ob das auf dem Index war oder nicht? Obwohl ich es gespielt habe. Ja, toll. Ich habe auch schon Spiele gespielt. Die größte Folge ist, haben wir auch Wolfenstein 3D im Internet spielen können. Unabhängig davon, ob es auf dem Index steht oder nicht. Ich habe auch Doom gespielt, dass es nur auf dem Index stand. Ich nicht. Ich habe doch dann auch nie gespielt. Ich habe Doom noch nie gespielt. Also, jetzt muss ich aber gehen. Tschüss. Außer Doom 3. Doom 3 habe ich gespielt. Das war mir zu schlauig. Ich habe nur mal angespielt. Aaaaaaah! Fix dein Internet! Ich kann nicht. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Lässt du mich einfach da alleine. Ja. Damit ich sterbe. Damit du mehr erfahren kriegst. Nein, du wirst, dass ich sterbe und dann noch mehr. Dass ich dann zurückfalle, leveltechnisch. Und du mich überholst und Level 100 hast. Ich habe ja im perfiden Plan durchschaut. Das werde ich mir nicht gefallen lassen. Ich werde jetzt an einer Endlösung der Delfinio-Frage arbeiten. Das sind doch Pfeile. Was darfst du denn? So, ähm. Willst du die Map durchmachen, oder? Nein, ich laufe nur so aus Spaß hier noch rum. Ach, wir haben ja 3 noch mal hier von, bestimmt. Was? Ich dachte, wir hatten level 3 schon, oder? Nächste, die nächste Ebene gefunden, aber haben wir noch gar nicht. Ich sehe dich beim Teleporter oben. Von da oben sind wir gekommen. Der Teleporter ist da rechts oben. Nur oben, dass man hierher kommt. Ja, den Teleporter, ja. Das wird ja kein langes Let's Play. Was? Goddick 3? Komplett ungepatcht, durchspielen. Kein langes Let's Play. Ja, ja. Du drückst auf Kampagne starten und dann... Hab ich es nicht durchgespielt? Du kriegst noch einen Nadelbildschirm und dann warst du es. Das ist leider nicht alles. Das Spiel geht danach weiter. Auch ungepatcht. Ich weiß es, ich habe es getestet. Ja, also es ist schon... Nicht so ganz trivial, das durchzuspielen, ungepatcht. Du musst wissen, welche Quest du machen darfst und welche nicht. Ja, machen darfst du sie alle. Bis das Spiel sagt, jetzt darfst du nicht mehr weitermachen und die Quest einfach mal fehlschlägt oder sowas. Wieso kämpfe ich hier schon wieder alleine? Weil der Fino da unten noch in dem Eck steht. Toll. Ich habe hier auch Gegner. Da unten waren keine Gegner mehr. Ich kämpfe gegen sein imaginären Feinde, oder? Ich kämpfe gegen mein Spiegelbild. Das ist so hässlich, dass wir nichts mit dir zu tun haben. Das ist schon eine Herausforderung. So, Level 3. Guck mal rein, was da ist. Ja, nachher geht die Tür wieder zu und ich bin alleine da. Ist das Problem jetzt nicht. Was wolltest du ja bloß? Nein. Ich will nicht, dass Barlich schnell töte. Ich will, dass er sich ganz langsam und schmerzhaft tötet. Er mich ganz langsam tötet. Über eine halbe Stunde. Und ich mich nicht mehr bewegen kann. Und alle Wolle, die Gingestände verliere. Hätte viel Schönes. Und ich level wieder Level 1 bin. Hätte viel Schönes, ja, doch. Willst du ein Schild haben? Nein. Warum nicht? Weil das scheiße ist. Hoher Schild in rissigem Zustand. Wolle. Du willst einfach mal einen Holzhammer haben. Holzhammer. Willst du vielleicht Bolzen haben? Ich muss schon wieder mal ein ganzes Geld, das ich hart erspart habe, für Tränke ausgeben. Wie ihr bald droppt nix. Gutes. Er droppt den Bogen. Nee, wird verkauft. Kannst du mal aufhören, beschäftigt zu sein. Nee, ich? Ja. Warum? Hör auf, beschäftigt zu sein. Warte. Ja, toll. Was machst du denn? Was hast du gemacht? Nein. Weil du zweimal gedrückt hast. Ich drück da mal richtig fest. Kacken, Mann. Oh, ich krieg nicht mehr Geld zurück. Hallo? Die haben 100.000 Dollar gekostet. 100.000. Bei Euro. Alter, das sind Glasperlen im Wert von 3,50 gewesen, ja? Da war ich ja einen entsprechenden Gegenwert. So, nochmal schnell Mara, wo, für, wenn ich überlege, was es dir geben kann. Aha. Lalalala. Könnte dir zwei Tagebunden geben. Hallo? Ich sehe ein Bär. Also, nur Todeswürsten, okay. Ich dachte, ihr kämmt wegen dem Ball um die Ecke, aber... Uuuuh, die Todeswürsten. Mach mal ein Portal. Wieso? Lauf doch einfach schnell her. Ja, ist so weit. Ich bin außerdem hier gerade beschäftigt. Ich hab's schuld. Ja, faules Schwein, verstehst du? Oh, mach ein Portal, Alter. Gib doch mir Fremdgeld aus, dass du wegen mir verloren hast. Du mal Spaß. Kommst du jetzt endlich mal? Ja. Oh, mach ein Portal aus. Oh, ich komm nicht. Du mal Spaß. Geh verrücken. Das geht nicht. Was heißt hier? Es geht nicht. Komm endlich her. Was heißt hier? Laber kein Scheiß und komm her. Laber kein Scheiß. Ich hab keinen Bock mehr. Geh sterben. Dann muss ich halt laufen, wenn's nicht geht. Geht nicht, Alter. Du musst gelauschen oder so. Mal sehen, ob ich da oben durchkomme. Wenn das auch nicht geht, dann jo. Aber kein Scheiß. Lass mich füllen. Also ich hab mir das ausgedacht. Ja. Du wirst, dass ich alleine sterbe. Das weiß ich, warum das nicht geht. Ja. Ja. Zum Glück laufen die überhaupt nicht oft weg und telepizieren sie auch nicht. Das war für Todesfürstentürk. Die machen ganz schön Schaden, die Todesfürstentürk. Ich weiß. So müsste ich warten ab, wenn der Champion auftaut von denen. Ja, jetzt hab ich diese Scheiß Salve wieder mitgenommen. Meine Stinkgas-Elixier. Den ganzen Müll, den keiner beraucht. Oh, Bolzen, nimm die mit. Kannst du den Pfeile umwandeln. Ein einziger Entweidung. Der Pfeile-Spitzname. Ich dachte, die würde ja schon kommen, aber der kommt ja gar nicht. Ja, das macht mir auch irgendwie Sorgen. Und dann noch ein Verwanderer. Ich weiß es nicht. Gleich stehen wir vor ihm. Ich möchte jetzt davon ausgehen, dass es hier voll die Explosion gibt von dem Sarg. Das ist eine Geheimtür. Und da oben noch weiter. Jetzt machst du auch mal ein Stadtportal voll davon. Gleich. Erst. Ja. Vielen Dank.